herzlich willkommen zu einer weiteren folge rush wars mit dem man sofort mit mir mein gleich das ist ja wahnsinn du bist ja richtig richtig krass so also er hat sie da unsere kohann dafür eine runde für eine runde haben wir den commander das mache ich denn so da unten angreifen du hast ja schon die erste box jetzt offen weil du hast ja schon fünf sterne mit sicherheit gab ja klar ja du machst ja meistens noch kämpfe wenn ich schon fertig bin ich noch nicht fertig bin so was ist das denn das gefällt mir überhaupt nicht den mache ich nicht ich war das ist ja mein gott ich muss mir hier ist das einfallen lassen was ja das ist ja schon klar weil du hast du hast du musst es ja nichts großartig machen ein stern hätte ja gereicht ich habe mich dann bekommen so nur erstmal die da da mach jetzt hier richtig rabatz richtig rabatz richtig rabatz bitte richtig rabatz nein wieder warum immer zuerst der commander warum ist immer zuerst der commander da und weil dieser idiot weil dieser idiot sich immer nach vorne stellt es ist ja nicht mal so du stellst den ganz hinten hin am anfang des matches als allerletzte person hinten in die hinterste reihe hat drei ständer holt und dieser vollidiot kannst du bitte mal ruhig sein ja dieser vollidiot rennt natürlich immer ganz nach vorne lässt sich als erstes töten dieser spaten ich hasse diesen commander der ist so dumm er ist einfach nur dumm meine güte ist der dumm schrecklich wirklich schrecklich ist das so na ja sofort macht es natürlich dann immer noch lustig darüber oh mein gott komm klatsch doch mal hier jetzt alles darauf vorne weg man macht doch mal da ich ja nur du bitte erspare es mir bitte erspare es mir ich bin froh wenn ich überhaupt zwei sterne kriege nein weil die sich wieder damit beschäftigen die eine hütte abzuschießen ja du halt bei der ersten box hast du ja gar nichts machen doch nein du musst es nichts machen du brauchst es nur einen einzigen stern für die erste oder gar nichts ist also ich werde noch zum hirsch ich werde hier noch zum hirsch so auf jeden fall wenn er ist die schilde trocken wenn das war mit das wichtigste alter 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 macht den kram da und jetzt macht diese blöde kanone da und bitte bitte macht diese blöde karte alter so und jetzt habe ich nur diese kann da unten und wenn die sich nicht total dämlich jetzt anstellen müsste das auch funktionieren aber oh mein gott was machen sie natürlich was machen sie wie alle sich roxas ich habe es geschafft ich habe meine erste box heute meine erste box ja das ist ja schön für dich wie gesagt du bist du hast ja schon mit einer vollen box angefangen doch tisch war die box voll ja also sie ist schon immer noch gekäldet ja das ist immer noch gekäldet bitte nicht so weit vor über rennt die doch bitte jetzt mal einfach einfach über den einfach über den mach einfach jetzt mal den kram da dauern bitte mach jetzt einfach diesen kram da ist es für mich überhaupt nicht beruhigend kam nein es ist überhaupt nicht beruhigend was dann aber schrecklich ist hier ja ich muss ja erst noch eine runde machen hier ja jetzt noch zum boxen bei dir das wird nichts mehr und das kann ich jetzt das sehe ich jetzt schon dass ich dieses mensch gar nicht erst anzufangen brauche und auch dieses match brauche ich nicht anzufangen nein ich hätte da oben machen können kommen wir greifen da ganz oben an dann holen wir uns den ich hoffe ich hoffe einfach dass es funktioniert auf geht's kommen ready einfach mal kurz durch macht den down sehr gut jetzt muss nur bitte bitte stellt euch nicht so dämlich an stellt euch bitte nicht so dämlich an ohne scheiß oh mein gott und zwei sterne geht doch welcher wachst du ist das dein gottverdammter ernst ich habe ein bisschen von dir das anziert nach von den trophäen ja 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 ich hatte das gefühl du bist nicht so gut nur spielen ich ich bin ein bisschen besser zum spiel oder bist du leider gleich meinung und ich glaube nicht dass ich da irgendein eine hütte bekomme das sieht in der regel eigentlich erstmal besser aus aber ich ahne dass ich dann trotzdem probleme kriegen werde ich werde ein ein stern werde ich holen bei diesem ding aber ich muss trotzdem auf angriff jetzt gehen es bringt mir nichts da jetzt ewiglich lange rumzudödeln jetzt muss gekämpft werden was ist einfach jetzt durch macht ihr einfach alles kaputt was da irgendwo den einstellen habe ich schon mal so wie es geplant hatte aber ich ahne dass es bei einem stern bleiben wird weil wie viele kommen denn da raus wie viele plamber hatten der da drin normale normale sind es doch glaube ich nur sechs stück viele warte mal wie viele plamber kommen bei mir raus so bei mir sind es lassen sich alle drauf schießen also es ist nicht zu glauben also es ist nicht zu glauben und wir haben dann da ist die strophe nur noch unterschied oder nicht so gut oder so ich greife wieder hier ganz oben an weil ich denke dass das da oben am meisten sinn machen wird großartig mich aufteilen kann ich nicht halte ballern die mir da gerade einen rein ne mach doch mal ey die lassen sich von einem raketenwerfer mehrfach antrag also es ist das wenn keine drei sterne weil die einfach zu dem nicht sind 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 einfach es sind hohlbrote einfach nur hohlbrote wenn ich glück habe wenn ich glück habe schaffe ich wenigstens zwei hörner es können drei sterne sogar werden es können drei sterne werden ja es sind sogar drei sterne geworden 78 luther viel kieses noch drei 3 3 ja wie viel hast du zu wenig so ist immer noch so hinter mich einzuholen ich gebe mich so schnell auf so das kann ich natürlich voll nachvollziehen irgendwann 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 ist es soweit dann habe ich dich so jetzt muss erst mal die da alle holen und was in der nacht na und davon oder was ja das lassen wir mal im traum oder so jetzt greifen an jetzt lassen wir mal gucken die erste hüte will ich auf jeden fall haben die erste hüte habe ich auch das ist unglaublich ne das ist unglaublich das kann ich jetzt eigentlich schon beenden das ist unglaublich dann läuft er noch mal zurück er läuft einfach noch mal zurück so ich habe noch bei dir alter was hat er denn hier ne 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 das macht ja gar keinen spaß hier ja ich werde auch wieder nur die eine hütte kriegen das weiß ich jetzt auch schon wieder und nicht durch es reicht für alle schon fertig bei dir schön für deine thronen so er kann schon mega nervig sein alter 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 habe ich jetzt viel schaden jetzt ein kassiert den ersten wie es schon gesagt hat er erst zu stellen da ist da jetzt glaube ich aber nicht dass das noch einer kommen wird da steht ja noch irgendwas das ist noch irgendwas mittendrin macht den mal down ja jetzt wenn jetzt nicht noch irgendwo was ist dann kriege ich drei sterne jetzt noch eine bombe gegen figoman so eine rare box wenigstens mal jetzt hier äh 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 was denn dem sein dem sein komischer äh besucher team hat zwei rockets geschossen während meiner keine einzige geschossen hat ja wundert mich alles nicht ehrlich war es wundert mich was ist das denn was ist das denn für eine komische aufteilung wenn ich da oben durch gehe dann äh was soll denn da passieren hä ich will was verpasst leute sagts mir sagt er gleich siehst du das nicht nein die gehen nicht in der mitte durch oder die gehen in der mitte durch ich werde bekloppt sie gehen einfach in der mitte durch sie gehen einfach in der mitte durch wieso läufst du aus dem healingspell raus weil es ein horst ist ja und er lässt sich auch abfeuern das ist unglaublich ja aber das müssten auch drei sterne werden weil der krieg das da unten nicht hin meine kleine armee da oben noch da und zu bekommen und damit sind das auch drei sterne ja ja komm ihr kriegt alle mit wie gehässig der herr sofort ist wer von euch glaubt dass er das ernst meint schreibt es mal bitte schreibt das mal bitte jetzt und in die kommentare wenn irgendjemand von euch glaubt dass der herr sofort auch nur ansatzweise ein bisschen mitleid mit mir hatte ich weiß dass du mit mir kein mitleid hast doch ich weiß dass du mit mir kein mitleid hast doch ich weiß dass du mit mir kein mitleid hast aber ich sag dass es mir leid tut ach geh fort so ich weiß dass das jetzt hier in die hose gehen wird aber ich muss es trotzdem probieren wir versuchen es einfach mach diesen einen typen da unten down und dann könnt ihr euch schon mal wenigstens die eine hütte holen wenigstens schon mal die eine hütte so da macht den typen down und jetzt ist eigentlich mein gott ja guck ist ja einfach an dieses drama schau dir dieses drama einfach was wieviel so drei stelle ist es dein gottverdammter ernst nein habe ich mir schon gedacht ich habe hier ja lass mich mal kurz überlegen macht das sinn wenn ich den oben angreifen das müsste eigentlich eigentlich müsste das funktionieren der hat doch wenn ich das richtig sehe dürfte der eigentlich keine chance haben so schauen wir mal was passiert jetzt müsst ihr doch nur noch alter macht das ding das ist nicht ein gottverdammter ernst doch den einstellen kriegen wir noch den anderen stellen kriegen auch das sind drei sterne von mister crazy drei sterne kassiert ein 60er loot geholt sehr sehr geil so ist es mal übrigens mein letzter schlüssel ich brauche nur noch einen einzigen stern und das ja und ich bin jetzt in silber 2 ehrlich guckt hier oben meine profil achtung gott hatte und und guckst du schon und oh mein gott gratulation achso sind 800 bis zum nächsten achso jetzt guckst du ne aus mir noch egal was hat denn hier alles ich bin bei sieben oder du bist wahrscheinlich über 600 naja wir haben hier viel zufrieden und der wieder gleich ok ich mache ich nicht gleich ist es gut bitte 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 ein einzigen ein einziges auf die reihe bekommst ein einzigen stellen und jetzt ist die frage ich werde den laser ich greife den laser zuerst um an erst den laser die laufen doch ihr wieder da unten durch und durchlaufen das ist so scheiße hallo familienfreudigkeit die geht mit dem spiel total verloren sorry aber bitte bitte greift doch einfach diese eine kanone an bitte 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 es ist nicht euer ernst oh mein gott ich habe es mit einer einzigen armee geschafft ich habe es mit einer einzigen armee geschafft ein kleiner popeliger soldat ballert sich jetzt durch die letzten beiden buildings durch ja ich habe es tatsächlich geschafft gegen cf7 von domination zu gewinnen ja leute wenn ihr irgendwie wenn ihr bock drauf habt unserer gilde zu joinen ja man sieht ja wir sind hier jeden tag aktiv dann bitte bitte wir würden uns riesig freuen wenn die unserer gilde joint unserem team joint damit wir auch mal hier diese angriffe da machen können dieses team domination das geht momentan nicht weil uns noch eine fehlt ich sage ich ich habe auch wieder tropien vergleich 704 660 also wie viel stoffen unterschied ja das ist noch nicht raus zu kommen irgendwann wird es bei dir stagnieren und dann habe ich dich ich bin vor die mxp bis dahin und tschüss